Ich sehe nichts. Okay. Die Ansicht dann. Das letzte Mal mussten wir zu uns laufen und genau umgekehrt denken. Und jetzt so rum und dann die ganze Zeit wechseln in den Welten. Gott, können wir das Viech nicht einfach ausschalten? Töten? Das wäre so absolut das Praktischste, was man machen kann. Das will ich einfach töten. Dann kann es einen schon nicht mehr nerven. Was man erledigt, kann einen nicht mehr nerven. Denke ich mir bei Serien mit den Bösewichten auch immer wieder. Oh, was zur... Slenderman? Nein, nicht Slenderman. Unser Onkel, der uns großgezogen hat. Ja? Doch, seine Krawatte. Doch, Marianne, doch. Die Krawatte ist da. Wir sehen sie alle. Die Aufgaben, die man hier so hat, immer wieder schön. Immer wieder praktisch. Okay. Sag mir bitte nicht, dass ich da durchgucken muss. Na? Okay, wir kriechen durch. Das ist viel besser. Oh Gott. Warte, warte, warte. Ich will nichts übersehen. War wohl doch nicht der letzte Abschied, oder doch? Ich weiss jetzt nicht. Jack? Hm. Es ist und kann nicht Jack sein, weil... kam mir so lieb. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Ich gehe nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Geh schon, geh schon durch. Was muss ich tun? Okay, ähm... Schnipp, schnapp, schnapp, schnapp. Hey. Die letzte Mal hat dreimal gereicht. Muss ich doch schnipp, schnapp, schnupp sagen. Schnipp, schnipp, schnapp ist aber auch okay, oder? Eigentlich egal. Eigentlich ist es vollkommen egal. Ich musste dieses Viech erledigen. Und nicht immer nur davor wegrennen. Das bringt doch nichts. Immer nur davor wegzurennen. Das hat dreimal wieder gereicht. Ah, ich glaube, ich brauche gleich eine Pause, gell, Leute? Das ist anstrengender, wie man meint. Okay. Ähm... Ähm... Ja, kein Beziner. Mhm. Da ist auch noch hier was und... Okay. Dann suchen wir mal, wenn... ...tehen, was ziemlich offensichtlich hier liegt. Ja. Und dann brauchen wir noch... ...wahrscheinlich einen Griff, einen Hebel. Ah. Da. Oh, da hoch. Okay. Don't fail me now. Fuck. That was loud. Mhm. Ein bisschen. Huch. Hallo, Cathy. Jetzt haben wir gerade ein Problem. Warte. Ich... Jetzt ärgert es mich nämlich, indem ich die Nachrichten nicht ganz sehe. So. Hallöchen. Na, alles gut? Kannst nicht großartig ins Spiel gucken, weil ich dir wahrscheinlich immer noch ziemlich voraus bin, ne? Was macht der denn hier jetzt? Hey. Lauf schon weg. Lauf woanders hin. Der ist unter der Brücke. Oh Gott, wie mies. Ich... 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 Ich kann dich auf da hören. Oh shit. Ich... Ich... Nicht runterkommen möchte. All your friends are here. Nein, sind sie nicht, du Arsch. Sind sie nicht. Oh, komm. Warum? Warum muss ich nur hier lang? Äh, nicht, 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 nicht. Was machst du denn? Da wird einem schlecht, weil dieses Bild so elendig wackelt. Shit. Wir spielen für Gleit. Du spielst das Gleit. Alter, das ist echt eklig, ne? Wer bist du? Du spielst dich nicht. Du spielst dich. Weg. 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 Warum immer wieder dieses Viech? Ich bin lieber langsamer und vorsichtiger. Herrlich. Und schon wieder weg. Wieder weg. Warum steht der immer noch da? Das ist gut. Da. Das ist mein Weg raus. Aber nicht mit dem Ding in meinem Weg. Ja. Jack says hello. Oder war es? Warum? Did you send him here? Warum? Warum? Natürlich. Wer hat noch so deine Lüge-Geschichten geglaubt? Es wird immer schöner. Es wird einfach immer schöner. Als ob es leichter werden würde. Als ob es leichter werden würde. Mein Herz rast wie Sau. Ich bin vollkommen nervös. Und manchmal würde ich gerne dieses Licht ausmachen, weil ich Angst habe, dass das Viech mich umso mehr hört. Oder sieht, wenn das Licht an ist. Ja, das können wir gebrochen werden. Ist das, was du Angst hast? Ah. Energie ist Energie. Ach, schön, dass ich wenigstens in solchen Momenten die gleichen Gedanken habe wie Marianne. Oder Marianne, wenn es angenehmer ist. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ach, das wird wieder laut. Okay. Wenn es okay ist. Da davor brauche ich eine kleine Pause. Ich scherze. Was? Ja, was für wundervolle Musik. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt kann ich... Nein, wo läufst du denn hin? Hey, hallo. Sie macht, was sie will. Ähm. Da. Dann. Okay, jetzt bin ich gerade am überlegen. Soll ich vielleicht erst das Tor öffnen? Fitz! Okay, the gate's open. Now let's get rid of that fucking thing. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Schut! You're fucking mouth! Yes! Fern, you twisted fucking bitch! War's das? War's das wirklich? God, I hope this is over. Ich hasse es, wenn's rattert. Das ist echt blöd. Ich hoffe auch, dass es endlich vorbei ist mit dem Viech. Das ist echt maximal nervig, das Viech. Ich glaubt gar nicht, wie mein Herz pumpt, wie aufgeregt ich bin. Ich versuch die ganze Zeit nicht allzu stark zu atmen, dass ich nicht ins Mikrofon voll rein atme. Hört sich garantiert auch nicht so toll an, wenn man da voll rein pustet. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schaukel? Sadness? 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 Is that you? Oh. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness. Hmm? Sadness? Hmm? I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I... I remember. Mommy. Oh. She was so pretty. But... But so sad. Just like... You. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They... They... We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I... I... Uh... I... I know... What that's like. Ever since my friends. This... Is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe... Maybe... You'd be better off somewhere else. Maybe... I could... Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid... Of the monster? I am. I am. But... It doesn't need me anymore. It... It wants you. And... When... When it breaks you... When it puts you on... It... It'll finally be able to leave this place. But... It... It will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away. So we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's... Not just about me. It's you. You... You... Have to remember... The dream. The fire. The red house. What? Wait! What is the red house? You were there, Marianne. With me. You were always with me. I'm so sorry. Millie? Shit. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Irgendwas, was ich anschauen kann? Nope.